Rainer Offergeld ist ein deutscher Politiker der SPD. Offergeld war von 1969 bis 1984 Mitglied des Deutschen Bundestages. Von 1978 bis 1982 amtierte er als Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Von 1984 bis 1995 war er Oberbürgermeister von Lörrach. Leben Nach dem Abitur im Aufbaugymnasium in Meersburg am Bodensee 1957 absolvierte Offergeld ein Studium der Rechtswissenschaft und der Volkswirtschaftslehre, welches er an der Universität Frankfurt am Main begann. Im Jahr 1961 leistete er sein erstes und 1965 sein zweites juristisches Staatsexamen. Seine Referenderzeit als Jurist verbrachte er unter anderem in Berlin, Konstanz, Lyon und Waldshut. 1963 trat er der SPD bei und wurde Vorsitzender des Kreisverbandes Waldshut. Darüber hinaus war er Gemeinderat und Kreisverordneter tätig. Von 1965 bis 1967 arbeitete er in der zunächst im Justizdienst. Danach in der Steuerverwaltung bis er sich 1969 als Fachanwalt für Steuerrecht in Tiengen niederließ. Im selben Jahr verlor er gegen den damaligen Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger im Kampf um das Bundestagsdirektmandat. Konnte jedoch über die Landesliste der SPD in Baden-Württemberg Abgeordneter im Deutschen Bundestag werden. Im März 1972 wurde Offergeld auf Vorschlag des Bundeskanzlers Willy Brandt zum Parlamentarischen Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Finanzen ernannt. Trotz Wiederwahl in den Bundestag im November 1972 erhielt Konrad Potzner seine Position. Offergeld war weiterhin stellvertretender Vorsitzender des Finanzausschusses. Vom 24. Januar 1975 bis 1978 war er dann in gleicher Funktion beim Bundesminister der Finanzen tätig. Vom 16. Februar 1978 bis zum 1. Oktober 1982 amtierte er in der von Bundeskanzler Helmut Schmidt geführten Bundesregierung als Bundesminister für Wirtschaftliche Zusammenarbeit Mit dem Sturz der Schmidt-Regierung durch ein konstruktives Misstrauensvotum verlor Offergeld seinen Ministerposten. Obwohl er in der Bundestagswahl 1983 wieder gewählt wurde, legte er sein Abgeordnetenmandat nieder. Da er im Dezember 1983 zum Oberbürgermeister von Lörrach gewählt wurde. Von 1984 bis 1995 war er Oberbürgermeister der Stadt Lörrach. Während seiner Amtszeit wurde der Ausbau der Fußgängerzone in Lörrach maßgeblich vorangetrieben. Er sanierte den Stadthaushalt und löste einen privaten und wirtschaftlichen Boom in der Kultur- und Investitionspolitik aus. Im Januar 1995 gab er sein Amt als Oberbürgermeister auf und wurde Sprecher der Geschäftsleitung der Thermoselect Südwest GmbH. Seit Januar 1997 ist er als Rechtsanwalt zugelassen und arbeitet gegenwärtig als Fachanwalt für Steuerrecht in einer Lörracher-Kanzlei. Rainer Offergeld ist verheiratet und hat drei Töchter. Ehrungen 1980 Großes Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland 1983 Großes Verdienstkreuz mit Stern- und Schulterband der Bundesrepublik Deutschland Schriften Entwicklungsstrategie für die 80er Jahre Chance oder Verpflichtung Vortrag anlässlich der Mitgliederversammlung des Verbandes unabhängig beratender Ingenieurfirmen e.V. Am 11. Juni 1980 in Laredud Bonn-Bad Godesberg Verband unabhängig beratender Ingenieurfirmen e.V. Bonn 1980 Entwicklungshilfe Abenteuer oder Politik Punkt Verlag Bonn aktuell Stuttgart 1980 ESPN 3-871959144X Aufklein 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 Übersberg vergaall Kanzlei